Hallo und herzlich willkommen zu Let's Splitscreen Call of Duty Modern Warfare 3 mit mir aller Wochenende 90 und dem guten lieben Monkey Ace. Hallo. Ja, Herrschaft, Terminal, mal gucken, ob's diesmal keine Hecke sind. Ah, das ist halt so lächerlich gerade. 20 Prozent, das ist keine Sinn. Tja. Ja gut, wenn wir jetzt noch in den Match rein starten würden, hast du auch noch Ladescreen? Ja. Gut, ich auch. Oh Mann. Oh, ich wollte schon sagen. So, hier spielen wir AK740. Mal gucken, ob wir hier was machen können oder nicht. Na ja, schauen wir mal. Ich hab schon die Befürchtung gehabt, dass es jetzt nicht weitergeht oder nicht losgeht. So, da haben wir schon mal Kiel Nummer Uno. Fängt schon mal ganz gut an. Mit einem Point, mit zwei Points für die Reaper. Mal schauen, was wir hier noch so mit kriegen können. Ach, ficken sie sich. Irgendwohin, wo sie möchten. Ey, das ist typisch. Terminal auf den A, kämpft der Dude natürlich wieder ordentlich. Oh Gott, hinterm Tresel. Ja, genau der. Ach mein Gott, Alter. Ja, das ist halt Terminal. Na gut. Wir können froh sein, eventuell hier mal nicht gegen komische Leute zu spielen. Also von daher. Und dass die Jungs irgendwie camping oder ähnliches, ist es ja allbekannt. Aus Ballpoint. Ja, das kann möglich sein. Und ja, mal schauen. So. Fuck you all. Wer schreibt denn, dass es so ein davon ging? Keine Ahnung. Hm, keine Ahnung. Ha, schöne Doppel-Nade. Weil, Doppel-Kill mit der Nade. Und so, die ganzen. Das hat er doch. Nein, er killt mir. Den Kill. Äh, er killt mir den Kill? Hä? Ich glaub, er ist nicht. Als ob die alle hier, äh, als ob die wirklich alle auf Nahe gesessen haben. Was ist denn falsch mit denen? Was ist denn schon wieder los? Ich weiß nicht, wir können jetzt noch zählen. Hier sind ja bestimmt auf. Ja. G18. Ja, ich gehe aber trotzdem nach. Ist ja okay, wenn sie alle irgendwo sitzen. Aber das ist halt schon wieder so ein Spiel. Ähm. Was man, was man, ich keine Ahnung. Die sitzen wieder irgendwo und machen nichts. Also, ich weiß nicht. Teilweise echt komische Leute. Na komm. Hui. Das war sehr, sehr knapp gerade. Hallo? Hi. Sehr knapp. Warum joinen denn bei uns, Leute? Ich soll mal im Gegenteam joinen. Ich weiß nicht, dass man vielleicht mal ein bisschen mehr zum Scharnetzeln hat. Nicht nur vier. Wie man halt verselten sieht. So, ich hoffe mal, dass... Alter. Ich wollte sagen, dass er sich nicht umdreht. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Na, ich bin hier nach. Jetzt sind schon hier irgendwelche Sniper, die denken, hi, ich bin jetzt geil, ich mach ein 424... äh, 424... 360 Grad, no-scope, hast du nicht gesehen, von 50 Kilometer runter. Sehen die sich nur? Hm? Null. Komischerweise nicht, sagen wir mal so. Na komm, ich weiß, dass du unten bist. Ach, warum rennt ihr denn da hinten lang? Okay. So. Och. Da ist er nicht. Ach, komm schon, da hast du doch. Ach, nein, Alter. G18 Akimbo. Genauso schlimm. Alter, ist ein 1,27... Ich sehe hier überhaupt kein Schwein. Wahrscheinlich dein Heinz, so viele Kills gemacht, oder? Weißt du, ich bin einfach eine Maschine. Natürlich, Alter, wenn ich mal ein paar... Oh, es join welche, ne? Na, da bist du. Ich hab fast auf dich geschossen, Alter. Äh, wir sind nicht bei CS. Äh, Terminal ist eigentlich eine mega coole Map, wenn du hier ähm, deine Killstreaks hast. Wenn du die hier halt super gut verstecken kannst. Und es gibt die Glasdorfer. Ja. So, jetzt hatte ich auch mal wieder mal Glück. Mal wie ein Double-Mund gemacht. Mal nach lang. Da haben wir noch ein. Das ist doch mal sehr erfreulich. So, dann holen wir uns das so. Gehen hier vor. Ja, und da hat auch schon einer eine AC. Ich weiß nicht, ob die real ist. Oder ob die einfach... Einfach da war. Und jetzt muss ich einfach nochmal... Fix an dem Punkt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug an meinen Punkt komme, dass ich meine Reaper neu einsetzen kann. Und zumindest ein paar Kills aufholen kann. Das sieht mich keiner. Das ist sehr gut. So. Reaper raus. Mal gucken, ob wir hier vielleicht den ein oder anderen Kill machen können. Und wieder so ein gefühltes Standgeschäfts. Ach man, Alter. Das Problem ist halt, dass du halt, dass man hier kaum irgendwie Leute rauskriegt. Jetzt, weil die halt überall sitzt. Ja, sich halt vercampen. Es halt echt. Bitte ist. So, AC habe ich aber trotzdem. AC raus. Ich glaube, 4 oder 5. 5 Kills, glaube ich, brauche ich. So, geht doch. So, einer ist halt ganz hinten im Heck drin. Wenn du... Nice. Wenn du die Leiter hinten hochgehen würdest, im Flugzeug, da würdest du halt dann ein erwischen. Ich krieg ihn halt nicht. So, AC 30 ist schon mal... Hat sich schon mal... Ja, gut. Ja, bewährt. Ich habe auch den Osprey. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut am Start. Du siehst ja auch die Karte. Ach komm schon mal. Luftraum ist nicht frei. Luftraum ist nicht frei. Kann man jetzt einen Scheiß dahinter runterziehen? Ich wollte eigentlich, will meinen Osprey haben. Ich will meinen zweiten Osprey haben, auch wenn es nicht mehr für lange ist. Nein, ich krieg ihn nicht mehr. Ja. Ach komm schon. Oh fuck. Egal, ich habe meinen Osprey trotzdem. Ähm. Man bringt dann nichts mehr. Egal, ich habe einen Osprey. Man sieht es ja unten. Ähm. Ja, der Osprey kriege ich gleich nicht mehr raus. Schade eigentlich. Ich habe wieder mal zu spät die Reeper geholt. Wollt bekommen. Und ich war so lange Zeit hinter dir. Und jetzt bin ich doch noch dank der Killstreaks auf 32-7 gekommen. Schade. 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 Nichtsdestotrotz war ein gutes Game, muss ich sagen. Es lief halt zum Anfang mega schlecht. Für mich. Am Anfang lief es bei mir. Bei mir lief es halt nachher zum Ende hin. Bei mir nicht mehr. So. Nichtsdestotrotz. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich bin raus. Denkt dran ans liken. Wenn es euch wirklich gefallen hat. Abonnieren, kommentieren. Kennt ihr alles. Auf jeden Fall haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.